Warum ist das Wahlalter ab 16 so wichtig? Ganz einfach, weil die 16- bis 18-Jährigen einen großen Teil unserer Gesellschaft abbilden und sie haben genauso wie wir das Recht darauf, ihre Meinung kundzutun und Verantwortung zu übernehmen. Immer wieder wird der Jugend vorgeworfen, sie sei unpolitisch. Aber zeigen uns nicht die letzten Monate, dass genau das Gegenteil der Fall ist? Dass die Jugendlichen immer mehr auf die Straße gehen, sich interessieren und engagieren für politische Themen, für ihre Zukunft, für unsere Zukunft? Es ist Zeit, dass Jugendliche die Chance bekommen, mitzubestimmen. Dass Jugendliche die Chance bekommen, ab 16 wählen zu gehen. Warum ein Wahlalter ab 16? Ich finde, die eigentliche Frage sollte lauten, warum denn nicht? Wir leben in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Das heißt, immer mehr ältere Menschen bestimmen über unsere Zukunft. Es sind aber gerade die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen ab 16, die auch noch in 60, 70, 80 Jahren auf dieser Erde leben. Und deswegen sollten wir diesen jungen, erwachsenen Menschen ab 16 Jahren eine wirkliche Stimme geben. Vielen Dank. Vielen Dank.